Und wir schauen nach Dortmund. Dort beginnt nämlich heute Mittag der Prozess um tödliche Polizeischüsse auf einen 16-Jährigen aus Senegal. Der Flüchtling wurde Anfang August letzten Jahres in einer Jugendhilfeeinrichtung von der Polizei mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet. Dem Schützen wird Totschlag vorgeworfen. Zwei Polizistinnen und ein Polizist sind außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt angeklagt. Sie sollen ohne Vorwarnung Pfefferspray und Taser eingesetzt haben. Der ebenfalls angeklagte Dienststellenleiter soll sie genau dazu aufgefordert haben. Die Beamten kamen, weil der 16-Jährige gedroht haben soll, sich mit einem Messer selber zu töten. Und Greta Wagner beobachtet für uns diesen Prozess am Landgericht in Dortmund. Greta, eine Notwehrsituation lag zumindest aus Sicht der Staatsanwaltschaft ja nun nicht vor. Wie rechtfertigen denn die beteiligten Beamten ihr Vorgehen? Ja, die Beamten, sie sprechen eben doch von dieser Notwehrsituation, denn sie sagen eben, dass Mohamed Dramea, also das spätere Opfer, auf sie zugestürmt sei. Und es eben nicht ganz klar war, wie brenzlig diese Situation war. Und die ist es bis heute nicht. Das sind die Fragen jetzt, die geklärt werden müssen in diesem Prozess, der wirklich für sehr viel Aufsehen hier in Dortmund gesorgt hat. Wir stehen jetzt auch vor dem Gerichtsgebäude. Um 14 Uhr startet der Prozess. Und schon jetzt haben sich hier einige auch versammelt, um eben noch einmal an Mohamed zu gedenken, um hier eine Mahnwache abzuhalten. Vor dem Gerichtsgebäude sind jetzt so ungefähr 20 bis 30 Personen dafür hier. Dafür hat die Polizei auch weiträumig abgesperrt, um eben die Demonstranten zu schützen, um den Prozess zu schützen. Und dieser Fall, der hat eben auch in der Polizei ja für eine Rassismusdebatte gesorgt. Doch ganz so einfach ist es eben nicht. Denn auch die Anklage des Oberstaatsanwaltschaft hier ja wirft einige Fragen auf. Denn es ist einfach nicht klar, wie Mohamed eben auf die Beamten zugegangen ist. Er ist ja mit einem Pfefferspray dann von einer Beamtin eben ja angegangen worden. Also er wurde mit dem Pfefferspray eben besprüht, hat sich dann aufgerichtet und ist auf die Beamten zugegangen. Und da gehen eben die Zeugenaussagen bis jetzt auseinander. Die einen sprechen davon, er sei schnellen Schrittes gegangen, habe das Messer eben nach unten gehalten. Aber es gibt eben auch Zeugenaussagen, die eben davon sprechen, dass er doch gerannt sei und das Messer eben auf die Beamten gerichtet hat. Und die Beamten haben dann ja auch weiterhin versucht, mit Tasern eben ihn davon abzuhalten, die Beamten eben anzugreifen. Ein Taser hat ihn auch getroffen, der andere hat verfehlt. Und bei diesem zweiten Taser, der eben getroffen hat, unmittelbar danach, fielen dann eben diese fünf Schüsse. Aber es ist eben einfach nicht klar, wie Mohammed, also das spätere Opfer, auf die Beamten zugegangen ist. Und das ist eben jetzt diese schwierige Frage, die hier geklärt wird. Denn auch Polizeirechtler, sie sagen auch, in der Polizeischule wird Beamten eben ja beigebracht zu schießen, wenn sie sich in einer wirklich brenzligen Situation befunden haben. Und das sagen eben die Beamten, die jetzt hier angeklagt sind, dass die Situation eben doch durchaus so gefährlich für sie selbst war. Greta, danke schön für diese erste Einschätzung. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Und dann könnt ihr hier.